Der Börse Autor Seltsam Kenzi Am Montag, dem 19. Oktober 1987, kam es zu einem dramatischen Einbruch der weltweiten Aktienmärkte. So fiel der Dove Jones Industrial Index an diesem einzigen Tag auf Schlusskursbasis um 22,6%. Dieses für Marktteilnehmer überraschende Ereignis hatte viele Folgen, unter anderem auch für die Bewertung von Optionen. Tatsächlich war, und ist, der Einbruch am, tilde tilde backslash 19. Oktober der zweitgrößte Tagesverlust des Dove Jones Index in seiner über 110-jährigen Geschichte. Übertroffen wurde dieser Verlust nur noch durch das Handelsgeschehen am Samstag, dem 12. Dezember 1914. Damals fiel der Index um fast 24,4%. Allerdings war dies der erste Handelstag seit Juli des Jahres, da die New Yorker Börse in der Zwischenzeit wegen des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs geschlossen geblieben war. Auch die Einbrüche in Folge des 11. September 2001, die Börse öffnete am Montag, dem 17. September, wieder unschloss an diesem Tag nur, 7,1% niedriger als am 10. September, oder im Jahr 1929, zu Beginn der Weltwirtschaftskrise, fielen nicht schlimmer aus, am Montag, dem 29. Oktober 1929, kam es zu einem Tagesverlust von 13%. Das 11. September oder dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs der Fall war. Im Nachhinein werden eine Reihe Gründe der 19. Oktober 1987 ist aber nicht nur wegen der außerordentlichen Verluste, die an diesem Tag angehäuft wurden, einzigartig. Er unterscheidet sich von den anderen historischen Kurseinbrüchen vor allem dadurch, dass es keinen zwingenden offensichtlichen Anlass für einen Börsensturz gab, wie dies bei den Anschlägen vorgebracht, die aber keine ganz befriedigende Erklärung bieten. Schuld am Crash Die Computer Unangefochtener Favorit der Erklärungsversuche dürfte die Sorge um den Einzug des Computers und das damit einhergehende Aufkommen des Programmhandels sein. Diese Argumentation läuft wie folgt. In den 70er und 80er Jahren wurden mehr und mehr Tätigkeiten, die zuvor nur von Menschen erledigt worden waren, von Computern übernommen. So wurde es möglich, Computer autonom handeln zu lassen, die entsprechenden Programmen folgend selbsttätig Aktien kaufen oder verkaufen. Das Hauptanliegen, das mit diesen Rechnern verfolgt wurde, lautete Portfolio Insurance. Dies bezeichnet ein Handelsmuster, das dem synthetischen Nachbilden einer Long-Options-Position entspricht. Dabei wird ein Portfolio, das in Aktien investiert ist, schrittweise in risikolose Anlagen umgeschichtet, wenn der Markt sich negativ entwickelt, mit dem Ziel, Verluste zu begrenzen. Die Vertreter der These des computerinduzierten Kurssturzes behaupten nun, dass die dummen, Computer bei einem einmal einsetzenden Verlust begannen, Aktien automatisch zu verkaufen und damit die Preise weiter drückten, nur um danach noch mehr Aktien verkaufen zu müssen. Dieser Teufelskreis habe zu den Einbrüchen geführt. Diese Argumentation schwächelt insofern, da sich die Kurse an diesem Tag weltweit nach unten bewegten und keineswegs nur in den USA, das damals das einzige Land mit einem ausgeprägten Programmhandel war. Auch begann der Einbruch gar nicht in den USA, sondern bereits früher am 19. Oktober in Hongkong, als es in New York noch Sonntag war. Dennoch wurden nach dem Crash an der New York Stock Exchange sogenannte Circuit Breaker, eingeführt, die den Einsatz automatischer Computerhandelsprogramme unterbinden, wenn eine negative Kursveränderung bestimmte Grenzen überschreitet. Oder die Politik? Oder das Wetter? Andere Erklärungsansätze meinen, eine Auseinandersetzung auf dem G7-Treffen über die zukünftig erwünschte Bewertung des US-Dollars in Referenz zu den anderen G7-Währungen habe. Den Crash ausgelöst. Auch das Wetter könnte schuld gewesen sein, meinen wiederum andere. Am Freitag zuvor konnten viele Händler in London wegen schwerer Orkanschäden in Südengland nicht zur Arbeit erscheinen und entsprechend Positionen für das Wochenende nicht glattstellen, was den Markt beunruhigt haben könnte. Ob es aber nun Computer, Politiker, das Wetter, alle zusammen oder auch etwas ganz anderes gewesen sein sollte, dieser Einbruch blieb nicht ohne Folgen für die Finanzmärkte. Über die schon angeführten automatischen Handelsunterbrechungen bei Kurseinbrüchen an der Nüse hinaus hat der Schwarze Montag, vielfältige Folgen gehabt. Insbesondere die Bewertung von Optionskontrakten konnte nach dem 19. Oktober 1987 nicht mehr genauso erfolgen wie zuvor. Optionsbewertung zeigte Schwächen. Vor allem die Schwachstellen des für die Optionsbewertung industrieweit verwehen. Die den Black-Scholes-Verfahrens waren offenkundig geworden. Die klassische Formel zur Optionspreisberechnung basiert auf einer ganzen Reihe von Annahmen, die in der Realität nicht gegeben sind. So geht das Originalmodell davon aus, dass eine Aktie keine Dividenden zahlt, das Geld zum gleichen Zinssatz angelegt werden kann, zu dem es geliehen werden kann, und dass alle Basiswerte in beliebig klein teilbaren Einheiten gehandelt werden können. Das Black-Scholes-Modell musste also so weiterentwickelt werden, dass alle diese Faktoren bei der Optionsbewertung einbezogen werden können. Andere Annahmen des Black-Scholes-Modells waren ebenfalls problematisch, wenn auch weniger offensichtlich. Es wurde unterstellt, dass sich alle Aktien stets kontinuierlich bewegen, dass also eine Aktie, die sich von 100 Euro auf 101 Euro verbessert hat, in der Zwischenzeit auf jedem denkbaren Kurs dazwischen auch handelbar gewesen sei. Auch ging man davon aus, dass keine Aussage über die Richtung einer Kursbewegung gemacht werden kann, was impliziert, dass ein Kursanstieg und ein Kursrückgang gleich wahrscheinlich seien. Und es wurde ange-Know-how-nommen, dass sich die Kurse lognormal verteilt ändern, so dass Ereignisse mit einer Kursbewegung von einer Standardabweichung und mehr nur eine Wahrscheinlichkeit von 32% und Kursbewegungen um zwei Standardabweichungen nur eine Wahrscheinlichkeit von 5% haben. Nicht kontinuierlich, nicht lognormal verteilt. Der 19. Oktober hat diese letzten drei Annahmen entkräftet. Während dieses Tages, an dem der Dove Jones Index rund ein Viertel seines Werts verlor, stellten sich keineswegs alle Kurse ein, die zwischen dem Freitagsschlusskurs und dem Tagestiefst-Kurs lagen. Vielmehr zeigte der Greff mehrere Stellen, bei denen der Index abrupt von einem auf den anderen Moment einbrach, ohne dass ein Anleger in der Zwischenzeit noch zu Kursen dazwischen hätte handeln können. Noch wesentlicher auf die Gewinn- und Verlustrechnung von Optionshändlern wirkte sich aus, dass die Kursveränderung dieses Tages kaum zu der Annahme passt, dass sich die Kurse lognormal verteilt verändern. Denn der Markt bewertete Optionen mit einer erwarteten Volatilität, die in Etwa der historischen Volatilität vor dem Kurseinbruch entsprach. Angesichts der 16% PA-Volatilität wurde also eine Kursabweichung von weniger als einem Prozent gegenüber dem Vortag mit einer Wahrscheinlichkeit von 68% erwartet. Das ist das sogenannte 1-Standard-Abweichungsereignis oder 1A-Ereignis, und besagt, dass sich die Kursbewegung gegenüber dem Vortag mit einer Wahrscheinlichkeit von 68% innerhalb des 1-Sigma-Bandes zwischen minus 1 und plus 1 bewegen wird. Das 2A-Ereignis, also eine Kursänderung zwischen minus 2% und plus 2%, hat bei Log-Normalverteilung eine Wahrscheinlichkeit von 95%, das 3A-Ereignis eine Wahrscheinlichkeit von immerhin 99,7%. Das folgt direkt aus der Annahme, dass eine Normalverteilung zugrunde liegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu noch größeren Abweichungen, also zu 4 Standardabweichungen oder 5 Standardabweichungen kommt, sinkt schnell gegen Null. Das Microsoft-Programm Exkel kann gerade noch die Wahrscheinlichkeit eines 8A-Ereignisses berechnen. Sie liegt bei 0,000000000001 3%, oder anders ausgedrückt, bei einem Handelstag in 2,9 Biel. Und Kurssturz wahrscheinlicher als Höhenflug. Nachdem Marktteilnehmer die Situation rekapituliert hatten, wurde auch noch die dritte Annahme Fallengel-Aßen, die Theorie, dass ein Kurs ansteht.